hallo und namaste ihr lieben ab und zu wird der charlie vielleicht durchs bild laufen lasst euch nicht stören ich hoffe er stellt sich nicht vor die kamera geplatzt und jetzt öffne ganz bewusst deine handflächen die zeit für dich nehmen je tiefer du jetzt entspannst desto mehr kann dein körper regenerieren stresshormone abbauen frische lebensenergie auftanken namaste so